Im nächsten Bereich der Klickpreisberechnung Grundlagen 1 möchte ich euch mitnehmen, wie man im Denkansatz rein von der Theorie erst mal her sich dem Thema annähern kann, um euch zu zeigen, wo ihr eigentlich hin solltet oder eigentlich hin wollt und ob es da vielleicht linke und rechte Probleme gibt. Versuchen wir einfach nur mal das am Thema der Impressions und der Klickraten darzustellen. Dabei ist es auch völlig egal, ob du viele verschiedene Keywords sein willst oder einzelne Keywords. Egal ob Fethead oder Longtail. Es geht erst mal darum, zu verstehen, dass man nicht alles sein kann. Ich habe das in vorherigen Videos schon versucht zu erklären. Du kannst nicht versuchen, unter Damenschuhe sensationell gut zu performen, wenn du gelb und aus Leder bist und gelb und Leder nicht gerade der absolute virale oder grundsätzliche Shopping-Trend ist. Das muss jeder verstehen. Je allgemeiner Sucheingaben sind, desto unspezifischer ist die Kundengruppe doch konzentriert. Und das muss man einfach verstehen. Es ist dabei vor allem hochinteressant, dass ihr doch am Ende nur die Serb-Seiten verstehen müsst und dann eure Gebote setzt. Wir haben hochgradig unterschiedliche Preispunkte je Keyword, je Bereich, auch wenn man auf Kategorie-Ebene Werbung schaltet oder im Rahmen des Asens-Targetings, wo ihr den Preispunkt quasi kennt, dadurch, dass ihr eine Asen ja aktiv auswählt. Und hier muss man einfach verstehen, dass gewisse Keywords wie rechts Ring-Damen so hochgradig unspezifisch sind, dass es eigentlich fast schon verrückt wäre, dort Werbung zu schalten. Oder man regelmäßig exakt den Trend treffen müsste, der dort gerade irgendwie vorherrscht. Das geht so weit, dass ich sage, guckt doch in Brand Analytics rein oder in MLI's Shield, wo wir einen eigenen Volatilitätsindex für Kategorien haben, der euch einfach mal anzeigt, wie wechselhaft sind die Produkte auf der Seite 1. Auch im Rahmen von Brand Analytics über die Analysen Tag, Monat, Woche und so weiter seht ihr ja, was die drei am häufigsten geklickten Produkte sind und wie deren Umsatzanteil ist und sich entwickelt. Und es ist natürlich ein absoluter Irrglaube, dass Platz 1, 2 und 3 ständig dieselben sind. Dass die Top-Produkte Platz 1 bis 10 immer dieselben sind. Wir haben einfach viel zu viele Kunden, die ständig damit interagieren. Und das muss man einfach mal berücksichtigen. Versuchen wir es mal am Beispiel von Klickraten bei besonders homogenen Produkten darzustellen. Ja, ein Wagenheber ist hier tatsächlich ein typisches Produkt. Ja, ihr seht, der eine Aufkleber vorne rechts ist unterschiedlich oder vielleicht auf der Rückseite. Preispunkt ist ähnlich. Der eine hat noch den hohen Streichpreis, der andere nicht. Bewertungen, sind wir mal ganz ehrlich, die sind beide im Tausenderbereich. Der Unterschied wird schwer. Ansonsten soll der einfach den Wagen heben. Und je ähnlicher Produkte sind, desto eher ist die Klickrate, der blaue Strich, eher sehr stabil. Wenn auf einer Seite alles nur dieselben Sachen gezeigt werden, ist alleine mathematisch bedingt die Klickratenwahrscheinlichkeit sehr gleich. Und die Höhe der Platzierung bringt dann kaum noch Differenzierungsmerkmale mit sich, weil alle sehr wahrscheinlich sehr ähnlich sind auf der Produktseite. Das gilt es dann einfach zu berücksichtigen. Indem man sich mehr und mehr Impressions besorgt über Advertising, egal ob teuer oder billig, es ändert nichts an der Klickrate. Die steigt am Ende nur leicht an, wenn man alle Impressions bekommt, also mit einem Impressions-Share-Bericht oder so arbeiten. Und dann einfach sieht, ah ja, mir gehören wirklich 100% von allem. Ich bin der Einzige, der Ads schaltet. Bei homogenen Produkten. In der Kaufratenentwicklung haben wir ein ganz ähnliches Szenario, die ist relativ stabil, geht am Ende noch ein kleines Stück hoch. Weil wenn man nur noch dicht klicken kann, dann müssen auch diejenigen dann zu dir konvertieren sozusagen. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn alle Produkte in sich komplett konsistenzähnlich sind und denselben Wert haben, denselben Qualitätsanspruch erfüllen. Sie heben den Wagen, es ist dasselbe Bild, dasselbe Produkt. Die typischen Bereiche wären sowas wie die Hula-Hoop-Reifen für Erwachsene aktuell oder so ganz normale, generische, allgemeine Produkte. Gucken wir uns das spezifischer an, wenn wir allgemeine Suchworte angehen oder allgemeine Produkte wie Handtuch, die eben nicht mehr homogen sind. Und das sind für mich keine homogenen Produkte, was ihr seht. Ihr seht ganz klar, das ist Grau-Rot und Hellblau-Dunkelblau. Das sind Unterschiede. Hier ist es immer noch so, dass der Kunde ja nicht in der Variante entscheidet, welche Farbe er haben will oder welches Produkt, sondern direkt am Aussehen, auf der Suchseite entscheidet, ich nehme Rot, ich nehme Blau. Die Leute geben es aber oft nicht ein, sondern geben nur Handtuch ein. Da haben wir eine sogar sinkende Kaufrate, selbst wenn du dir alle Impressions kaufst. Warum? Am Anfang warst du noch nur gezeigt, wenn relevant, zu bestimmten Keywords, etc. Wenn du jetzt aber zu Handtuch gehst, zu einem ganz allgemeinen oder einer bestimmten Größe und dem Kunden dort möglicherweise die Farbe egal ist, dann wirst du am Ende sogar verlieren, weil du dein blaues Handtuch überall platzierst, aber die Serb-Seite 1 gerade komplett blau-weiß-schwarz-grau strukturiert ist. Fällt zwar auf, herzlichen Glückwunsch, vielleicht steigt so deine Klickrate der Werbung, weil du auffällst. Da haben wir schon ganz viele Beispiele erlebt, wo der Kunde dann so klickt, so nach dem Motto, oh, das sieht interessant aus, aber er will das dann am Ende gar nicht haben. Das gilt es zu berücksichtigen. Also haben wir tatsächlich die Situation, dass die Klickrate am Ende steigen kann, aber doch statistisch sehr sauber gleich ist. Und wir haben die Situation, dass die Kaufrate am Ende sogar oftmals abnimmt, schlechter wird. Und je mehr Impressions du dir am Ende besorgst, je mehr Sichtbarkeit du dir holst. Ich rede jetzt in dem Moment nicht mal von der relevanten Sichtbarkeit, sondern darum kümmern wir uns erst später. Relevante Sichtbarkeit ist halt nicht immer und überall zu sein, sondern spezifisch dort zu sein, wo der Kunde hoffnungsvoll am Ende sogar Klick konvertiert und Kauf konvertiert. Und da haben wir die Situation, dass das am Ende doch die Magic Zone ist, wo wir gerade so im Umsprung sind, wo die Impressions durch die Decke gehen, wo die Klickrate stabil ist, aber die Kaufrate noch nicht fällt. Denn ihr seht ja, mit steigender Klickrate ist es tatsächlich oft so, dass die Werbekonvertierungsraten am Ende runterfallen. Also müssen wir doch versuchen, genau in diesen Punkt reinzukommen. Und am einfachsten ist es, diesen Punkt klar zu definieren, indem wir von vornherein sagen, was wollen wir mit unserer Werbung erreichen. Und dann ist es oft möglicherweise sogar so, dass wir weiter nach links das Ganze schieben. Weniger Impressions, dafür definitiv garantierte, gute Klickraten, weil unser Produkt perfekt zur Suchumgebung passt, zur Werbeumgebung passt, zum Preispunkt passt, zum eingegebenen Keyword passt und dann die Kaufraten halt sehr spezifisch hoch sind, weil auch die Eingaben spezifisch waren. Und da haben wir es halt tatsächlich so aus, als es Trend getrieben ist, irgendwas gerade wirklich am Hypen. Dann werden wir uns in dem Bereich und sogar links davon positionieren müssen. Die weiteren Herleitungen gehen wir im nächsten Video dann an.